Das ist meine Nachbarschaft, das ist meine Straße, das ist mein Leben, ich bin 49 Jahre alt und bereits tot, also nicht wirklich tot, ich bin jämmerlich, so jämmerlich. Das wird der Höhepunkt meines Tages, ab hier geht es nur noch bergab. Das ist meine Frau Sandy, sehen Sie, wie die Sneaker zu der Trainerhose passen, das ist kein Zufall. Sie war nicht immer so. Wir waren einmal glücklich, ich war einmal glücklich. Das ist meine Tochter Charlotte, unsere jüngste Tochter. Sie hat viel durchgemacht, das Leben war hart zu ihr. Ich möchte ihr gern sagen, dass es leichter wird und dass das vorbeigeht, aber ich will sie nicht belügen. Meine Frau denkt, ich sei ein Loser und sie hat recht, ich habe etwas verloren. Mich. Aber hey, wissen Sie was? Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Es ist nie zu spät. Solltest du nicht schon längst in der Arbeit sein? Was machst du denn noch hier? Ich wohne hier. Aber doch nicht jetzt. Nicht um diese Zeit. Nein. Ich bin Sandy und mir geht es hervorragend. Ich fühle mich so unbeschreiblich weiblich. Das ist meine beste Freundin Nancy. Sie hat mir geholfen, mich aus meinem alten Leben zu befreien. Ich hatte mich ja schon total aufgegeben. Schrecklich. Doch zu meinem Glück vertreibt Nancy diese wunderbaren, bunten Pillen. Alles total natürlich und rein pflanzlich. Das ist für mich sehr wichtig. Und für Nancy auch. Das ist Cornelius Himmelblau. Wir arbeiten zusammen. Er ist ein begnadeter Architekt. Und ich bin seine künstlerische Assistentin. Sag mal Sandy, wie läuft da eigentlich was zwischen dir und Cornelius? Mir kannst du sowas doch erzählen. Nein, natürlich nicht. Das ist eine rein geschäftliche Beziehung. Wieso fragst du? Na so. Charlotte, Liebes, versuchst du absichtlich, dich unattraktiv zu machen? Ja, Gratulation. Es ist hervorragend gelungen. Ich bin Charlotte. Ich spreche nicht gern über mich. Oder über meine Vergangenheit. Ich habe vergessen, was passiert ist. Ich bin schüchtern und zurückhaltend. Das ist Enrico, das Wunderkind. Meine Eltern haben ihn adoptiert. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Ich beobachte ihn schon eine Weile. Er ist ein Freak. Ich hasse ihn. Ich bin Enrico. Über mich gibt es nicht viel zu sagen. Ich bin ein Vampir. Ich bin ein Hermaphrodit. Ich hätte beinahe die Liebe meines Lebens getötet. Es war immer Agnes, seit ich mich erinnern kann. Und ich kann mich an alles erinnern. Ich vergesse nie etwas. Ich bin klüger gedacht als die anderen. Die Familie Succo hat keine Ahnung, wer oder was ich bin. Und das muss auch so bleiben. Ich bin Patrick, der älteste Sohn von Danny und Sandy. Ich bin Schriftsteller und lebe mit meiner Familie in Sanmai Shono. Das ist Edith, meine Lebensgefährtin. Sie ist eine erfolgreiche Musikerin. Wir kennen uns, seit wir Kinder sind. Und das ist mein Lebensgefährte Tristan. Es war Liebe auf den ersten Blick. Bei uns dreien. Das sind unsere Kinder, Daniel und Samuel. Schon bald werden wir wieder Eltern werden. Du musst das Leben nicht verstehen, dann wird es wie ein Fest. Und lass dir jeden Tag geschehen, so wie ein Kind im Weitergehen von jedem Wehen. sich viele Blüten schenken lässt. Ich bin Hannah, die Schwester von Patrick und Charlotte. Das ist Sahara. Wir lieben uns, seit wir Teenager sind. Meine Eltern wissen nichts davon. Sie würden es nicht verstehen. Meine Eltern führen ein perfektes Eheleben. Sie sind sehr konservativ und religiös. Es läuft gerade nicht so gut bei uns. Es liegt nicht an Sahara. Es sind die Drogen. Ich weiß nicht, wie lange ich diese Lüge noch leben kann. Ich weiß nicht, wie lange ich diese Lüge noch leben kann. Es ist Wellness. Ich weiß nicht, wie lange ich diese Lüge noch leben kann. Nein, ich weiß nicht. Sehr geehrte Drogen. Wir sind dort! Ich weiß nicht, wie lange ich sie so gut bei uns wissenschaftlichen Lüge. Untertitelung des ZDF, 2020